so dann fangen wir mal an und ja das könnten wir theoretisch auch mal machen ich muss mal kurz mal ein wässerchen schlürfen dauert aber noch einen tacken ich glaube die die pistolenteile hat man noch nicht dass das einzigste glaube ich ja ja kommen wir dran vorbei ja also ich habe es tatsächlich ein bisschen ich habe zumindest keine vorschau gesehen tatsächlich wieder sein am ende beim ende aussieht also nebenbei also ich habe nicht geguckt wirklich das entgehen sondern nur haben das wurde mir eine folge es wurde mir eine folge vorgeschlagen irgendwie von irgendwem gemacht hat ja wo die dann im labor sind weisse ja das ist ganz witzig das labor ja da kommen aber noch irgendwann mal dazu so in einem monat rum ja länger sogar noch eigentlich mitte february nur fünf folgen pro woche weil ich mache nur montags bis freitags um 16 uhr da hatte ich ja nur das hausweise zu lange da kann man ja auch mal gucken dass man vielleicht irgendwie zwei spielstände abspeichert mit dem mit dem endgegner ja ich habe hier noch einen zweiten länder schon danach weiter spielt weiß ja können wir dann ja mal kurz vorher machen und wir wollen eine möglichkeit haben zu speichern kurz ja da läuft da rechts ist so macht das auf zwei große aua was wollte jetzt eigentlich machen wollte jetzt noch ein bisschen bauen oder sollte los wo wollen wir denn hier ist es wurscht also ein paar waffenteile sind weiß ich ungefähr aber das ist egal dann lass uns die waffenteile holen dann ist es okay dann haben man letzten folgen wieder ein bisschen gebaut aber die kirche ja gebaut und ich höre schon wieder was großes ja ja vor rechts von uns ist irgendwo läuft und eine virginia vor der bude und wir lassen die tür auf speichern wollte offen ja ich habe so gemacht hinter mir ich wusste gerade ich habe nur eine runde beten gehen das problem ist einfach dass wir auch keine sie stehen ich weiß gar nicht da vorne ja an dem tor bestehen um den normalen habe ich schon mal getötet naja der eine steht ja die steht so doof dass man nicht rankommt ja die steht ziemlich gerade zu uns warte aus virginia das sind die alle da ich konnte nur nicht rechtzeitig mit der links zielen mit der verziehen ja wir dann können wir jetzt personen teile holen würde ich auch sagen einfach wenn mich ehrlich bin wenn wir dann was ist denn ich brauche noch ein bisschen rüstung genau rüstung werde gar nicht mehr so schlecht ich würde sagen wenn dann sollte man eher im hellen losziehen oder sowieso den anderen großen auch noch eben die rüstung machen da hinten ist noch ein war hier ist noch so ein renner warte ich komme wieder mit der kattensäge irgendwo bei dem teil ja ja da vorne gerade das war nicht so die gute idee ich habe mich nur ganz kurz mit der kattensäge angezogen bekommen man tot ist schon hin ja gut also ich muss sagen mit der armbrust komme ich ganz gut zurecht aber für die armbrust selber bolzen herstellen kann man da nicht ne verwendet die nicht einfach die normalen pfeile scheiße der ist durchgekommen aber nicht ich denke so rum ja ich habe gerade geguckt armbrust bolzen aber wir haben auch keine es da steht kein wie soll ich sagen kein kein keine zahl also da steht nicht irgendwie hat du hast noch so viele weiß ich mein so wie bei den pfeilen da ist doch das ist eine zahl die dir sagt er falle noch was da steht aber nichts als hättest du halt einfach nicht gerade blind wo sind oben bei der druckluft flaschen kann ich sagen dass man dass man unendlich armbrust geworfen hat ja keine ahnung steht aber halt nicht ich wüsste halt auch nicht wo wir die her hatten die armbrust bolzen die die waren in der hülle mit dem bauplänen ich habe immer gedacht du packst du einfach normal wie die modernen pfeile oder so mit rein ich habe die halt ich habe die halt nie benutzt weil ich immer weil ich halt nie gucken konnte oder sehen konnte wo man die um die herstellen kann ich glaube wir können denn sie kann mal ja wir können zum an spiel für sich diesen scheiß punkt zu treffen wo du dann noch ja ganz schlimm hier liegt noch ein kopf rum ja ja trophäe sowieso ein duckt ja 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 Also bei den Waffenteilen, da weiß ich nur von zwei oder von drei. Ja, hier oben am oberhalb des Sees, da ist eins aber da war das Loch, glaube ich, schon leer. Also das ist das, was wir schon haben. Ich glaube ja. Genau, an dem Baum, an der Yacht, ne? Ja, dann eins noch in so einem Lager, ne? Das haben wir aber, glaube ich, schon. Wo wir an der Höhle waren. Also das aus dem Kannibalendorf, das haben wir schon, da haben wir... Das war auch, glaube ich, das, wo das Dynamit oder so hierher hatten oder sowas. Ja, ich habe jetzt nämlich nur einen Teil. Ich habe auch nur eins, ja. Ich weiß gar nicht, was zum Teil... Ah, den komischen Bolzen. Drei von acht habe ich. Ne, das ist der alte Person, Teil Nummer drei, ja. Der komische Bolzen, den wir haben. Da oben ist ja da oben ja gar nicht, ne? Ich stimmt, wir haben das ja von dem Lager eingesammelt. Richtig, das vom Lager. Wir haben noch nicht so ein anderes hatten wir nicht. Ein anderes hatten wir bis jetzt noch nicht, bin ich mir definitiv sicher. Ja. Und wer hat ein Schneegebiet abkunden? Ja, das wäre egal. Können wir machen. Und folgen wir dir jetzt. Eins ist auf jeden Fall in der großen See, eins in der Lager und da hinten ist es am Strand. Ich mach trotzdem mal hinter uns das Tor wieder zu, ne? Wir wollen doch ein Schneegebiet, oder? Ja. Warum nehmen wir dann nicht einfach wieder unsere Seilrutsche? Na ja. Jetzt sind wir schon unterwegs, also bin ich hier schon halb drüben. So. Das ist der Verdauungspaziergang. Bis später, Leute. Das ist so ein Echsenviech. Huiiii. Boah, das macht Spaß. Huiii. So, geht der nicht. Ich bin auch im Gedanken über mein eigenes Spielstand. Aber da freue ich mich auch mal, glaube ich, drumherum. Ich habe mir doch eine schöne Brücke gebaut. Da habe ich auch gerade dabei meine zweite Base zu bauen. Ich hoffe, ich kann auch die Konditionen nennen. So. Oh, liegen mal Haie. Mhm. Oh, oh. Ich habe kaum Konditionen nennen. Ach, hier ist eins. Ich gehe schon mal zurück. Die Yvonne zuckt schon aus Dynamit. Oh nein. Oh. 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 aber ich habe ja nur die ganze seile ist das problem kommt nicht an die teile ran sind die denn eine seile oder was da bekommt man wahrscheinlich irgendwo immer noch drei von acht 25 von acht ja ich habe schon wo finde ich denn das teil dass ich kurz muss auch nur drin du für hast du hast so viele ich habe teil 5 nicht teil 3 335 insgesamt habe ich zwei teile das muss immer da unten liegen ich habe glaube ich schon eingesammelt guck mal nach weil du findest dass normalerweise da wo die leuchtpistole ist wenn du dein inventar gehst und da stehen die pistole teil 3 von 8 und da drunter müssen teil 5 liegen das ist so die wir haben zwei teile insgesamt erst von der pistole von acht teilen ja genau und ist schon wieder unterwegs mit mit